1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 11. 11. 12. 13. 15. 16. 15. 15. Einst saß ein Mönch des Reifensteiner Klosters, welches auch Besitz in der Nähe von Mühlhausen hatte, wegen allerlei Vergehen in der Gefängniszelle des Rahmenturms und wartete auf seinen Prozess. Da er unter anderem auch wegen Brandstiftung angeklagt war, musste er mit der Todesstrafe rechnen. Zur selben Zeit begab es sich, dass der Rat der Stadt Mühlhausen händeringend nach einer Möglichkeit suchte, dringend benötigtes Wasser in die Neustadt zu bekommen und dafür hohe Belohnungen ausgesetzt hatte. In seiner Todesangst und kurz bevor der Mönch dem Richter vorgeführt werden sollte, besandte er sich auf die Quelle bei Breitsholz, die er gut kannte. Am Abend vor der Gerichtsverhandlung und in seiner Todesangst rief er, »Ich muss das Quellwasser von Breitsholz in die Stadt leiten, und wenn es mein Seelenheil kostet!« Plötzlich zitterten die Mauern des Rahmenturms, »Dorch rollte und ein Blitz zuckte hernieder!« In einer nach Schwefel stinkenden Wolke erschien der Teufel persönlich. »Du hast mich gerufen, Mönchlein, und hier bin ich!« sprach der Teufel. »Verschreibe mir deine Seele und du erhältst den Plan zum Einleiten des Quellwassers in die Stadt!« Am ganzen Leibe zitternd, aber doch mit sicherer Hand, unterschrieb der Mönch den Pakt. Daraufhin zeichnete der Teufel auf einem Pagament genau den Weg ein, den das Wasser nehmen sollte. Gleich am nächsten Morgen ließ der Mönch dem Rat durch die Stadtwache mitteilen, einen Weg zur Einleitung des Breithölzerwassers in die Stadt gefunden zu haben. Hoch erfreut über diese Nachricht entließ man den Mönch als bald aus dem Kerkerturm, versprach ihm Leben sowie seine Freiheit und beauftragte ihn mit dem Anlegen des neuen Bachlaufes. Dank vieler fleißiger Helfer floss das erste Quellwasser aus Breitsholz binnen einem Jahr in die Neustadt. Drei neue Mühlen wurden am Laufe errichtet, nachdem die Breithölzermühle nahe der Quelle abgerissen werden musste. Die letzte am neuen Bachlauf war die Antoniusmühle unterhalb des Rabenturms. Dorthin ging der Mönch an einem schönen Abend und ward von da an nie mehr gesehen. Der Müller berichtete später von einem so heftigen Streit, dass die Mauern der Mühle bebten. Er gab an, sowohl den Mönch als auch den Teufel dort zur nächtiger Stunde gesehen zu haben. Als er am anderen Morgen in der Kammer nachschaute, waren nur noch die russverschmierten Abdrücke von Mönch und Teufel in der Wand zu sehen. Soweit zu einer oder besser sogar zu zwei der bekanntesten Sagen von Mühlhausen in einer recht freigestalteten Version. Natürlich hatte der Teufel beim Bau des künstlichen Wasserlaufes der Breithölze oder wie sie damals noch hieß des Breithölzerwassers seine Hand nicht im Spiel. Dafür aber die Mönche des Klosters Reifenstein. Beginnen wir mit den bekannten Daten der Breithölzerquelle. Da solche Daten sehr trocken sind, zeige ich Ihnen währenddessen einige Aufnahmen der Kaststätte, die von 1837 bis in die 1990er Jahre am Quellumfuhr stand. Zu den Daten Die Quelle entspringt als Karstquelle dem Kühlstädter Kluftsystem. Ihr Quellteich ist nicht sehr tief, ca. 40 Meter lang sowie 15 Meter breit, hat also eine Fläche von etwa 600 Quadratmetern und liefert etwa 160 Kubikmeter Wasser pro Stunde. Die Wassertemperatur liegt das ganze Jahr über bei gleichbleibenden 10 Grad Celsius, bleibt also auch im Winter meist eisfrei. Die Quelle entspringt bei 226,75 Meter über Normal-Null, was bei der Einleitung des Baches in die Neustadt eine wichtige Rolle spielte. Noch ein paar Worte zum Gasthaus. Es wurde 1837 durch den Schankwirt Eisenhardt errichtet und entwickelte sich schnell zu einem gern besuchten Lustort. Auch wurden bis 1971 regelmäßig, wie bei der Popperöder Quelle auch, Brunnenfeste dort gefeiert. Sehr idyllisch gelegen mit einem Biergarten am westlichen Quellenrand, blieb die Gaststätte bis Ende der 1990er Jahre geöffnet und wurde nach dem Verkauf abgerissen. Hier ist der Quellteich zu sehen, wie er sich heute im Jahr 2018 zeigt. Zur Erinnerung an die technische Meisterleistung der Bachverlegung im 13. Jahrhundert wurde diese Tafel aufgestellt, auf der kurz die technischen Daten zum neuen Bachlauf genannt werden. Auf diese komme ich etwas später noch zu sprechen. Nur etwa 50 Meter nördlich der Quelle fließt der Sammacher Steingraben vorbei. Kurz hinter dem Quellteich stand bis 1292 die Breithölzer Mühle. Sie wurde 1254 erstmals erwähnt. 1259 verkaufte der Besitzer die Mühle dem Kloster Reifenstein. Nachgewiesen wurde der Standort durch Fundamentfunde bei der jährlichen Bachwege in den 1890er Jahren. 1281-82 schloss das Kloster Reifenstein ein Abkommen mit der Stadt Mühlhausen über den Erhalt eines Hofes bei der Frühbrücke sowie die Stilllegung und den Abbruch der Mühle, der im Zuge der Neuverlegung der Breithölze 1292 erfolgte und auch die Aufgabe der Siedlung im Breitenholze zur Folge hatte. Wir folgen der Breithölze bis zum ersten Abschlag. Etwa an dieser Stelle bog der ursprüngliche Bach nach Norden ab und vereinigte sich einige Meter weiter mit dem Sambacher Steingraben. Das wäre es gewesen mit dem Breithölzer Wasser, wenn nicht 1292 findige Münche die Bachumleitung und die Mühlhäuser Neustadt zu Wege gebracht hätten. Diese Abschläge, von denen es am Lauf der Breithölze noch mehrere gibt, dienen zur Umleitung des Wassers bei der sogenannten Bachwege. Bei dieser Bachwege wurde das Bachbett gründlich gereinigt und Unrat befreit und die Ufer ausgebessert. Sie war früher die Aufgabe der Mühlenbetreiber, die auch das Wasserrecht hatten und musste zweimal im Jahr erfolgen. Folgen wir ab hier erst einmal dem Sambacher Steingraben. Die Karten zeigen das Gebiet ab Mitte des 13. Jahrhunderts bis heute. Nachdem der Sambacher Steingraben die Hollenbacher Landstraße unterquert hat, biegt er wieder nach Osten ab und folgt dem Straßenverlauf etwa 300 Meter. Kurz nachdem er nach Nordosten abbiegt, stand ab Mitte der 1850er Jahre die Helmboldsche Mühle oder auch Lohmühle. Sie war später auch Ledergerberei und Dampfspinnerei. Da der Sambacher Steingraben hier eine Stauhöhe von 2,30 Meter erreicht, war ein großes Wasserrad von Nöten, das mit 9 Meter Durchmesser das größte von Mühlhausen gewesen sein soll. Mühle und Fabrik wurden 1912 geschlossen und das Wasserrad 1954 entfernt. Seit es diese Mühle gab, wurde der Sambacher Steingraben ab hier Mühlgraben genannt. Die sprachliche Entwicklung ließ nun das M und das H verschwinden und machte aus dem Ü ein Öl. Schon haben wir den Ölgraben, der in keinster Weise auch nur den leisesten Bezug zum Öl oder der Ölherstellung aufweist. Wir sind wieder an der Breitsülze und folgen dem Breitsülzenweg, der dicht am Bach verläuft. Rechts und links des Wassers finden sich fast auf der gesamten Bachlänge Gartenanlagen. Ein weiterer Abschlag kommt in Sicht. Dies ist der Abschlag Lohmühle. Er ist sehr alt und wahrscheinlich von Anfang an Bestandteil des neuen Bachlaufes. Gefertigt wurde er aus travertiven Platten und Blöcken und zeugt noch heute von den handwerklichen und technischen Leistungen der Menschen im Mittelalter. Von diesem Abschlag aus fließt, je nach Öffnung, ein Teil des Breitsülzenwassers in Richtung Hollenbacher Landstraße und in den Ölgraben. Während wir weiter dem Bachlauf auf dem Breitsülzenweg in nördliche Richtung unterhalb des Herbstberges folgen, werde ich etwas näher auf den etwas eigenwilligen Namen Breitsülze eingehen. Wie auch der Ölgraben nichts mit Öl zu tun hat, so hat auch die Breitsülze nichts mit der leckeren Sülze vom Fleischer zu tun und auch Mitglieder dieses Berufsstandes, der einst sehr häufig in Mühlhausen zu finden war, siedelten nicht vorzugsweise am Breithülzerwasser. Hier schlägt wieder die sprachliche Entwicklung seit dem Mittelalter erbauungslos zu. Ursprünglich nannte man die Breitsülze Breithülzerwasser nach der Siedlung des Dursterreifensteins nahe der Quelle. Danach hieß sie breites Holz, später dann nur noch Breitsölz, woraus im Laufe der Zeit durch das Weglassen des Haars und dem Lautwechsel von O zu Ü sowie dem Anhängen eines E die Breitsülze wurde. Kurz bevor die Breitsülze in einem weiten Bogen in Richtung Westen geleitet wird, unterquert sie die Straße zum Herbstberg. Überall kann man die Rohre aus den Kleingärten sehen, die zur Brauchwasserentnahme meist zu DDR-Zeiten in den Bach gelegt wurden. Auch sind manchmal noch alte Abschweranlagen zu sehen, die heute aber meist ungenutzt sind. Von Kleingärten gesäumt geht es also jetzt Richtung Westen. Seit der Wende 1989-90 entwickelte sich dieses Gebiet immer mehr zu einem Wohngebiet im Grünen. Viele ehemalige Laubenpieper haben ihre Parzelle gekauft und individuelle Wohnhäuser dort errichtet. Die Zahl der Kleingärten geht stetig zurück. Die Breitsülze fließt am Herbstberg vorbei und macht in der Talsohle zum Thunberg eine scharfe Kehre in Richtung Nordosten. Hier befindet sich das erste Aquädukt. Bei diesem Bauwerk aus Muschelkalkstein wird das Wasser der Breitsülze unter dem natürlichen Bachbett des Fafferöder Steingrabes hindurchgeleitet. Ab hier trägt der Fafferöder Steingrab den Namen Flaxwasser. Dieses fließt an Gärten vorbei nach Norden bis zur Hollenbacher Landstraße, folgt ihr etwa einen halben Kilometer, fließt dann an der Straße am Flaxwasser entlang und mündet bei der Ammerbrücke in die Unstrut. Auch dieses Kreuzungsbauwerk wurde durch eine Tafel gekennzeichnet, wie sie in Mühlhausen oft an historischen Bauwerken zu sehen ist. Für den Fall, dass einer der beiden Bäche zu viel Wasser führen sollte, sind Überläufe vorhanden, um Überflutungen zu vermeiden. Auch entlang des Fafferöder Steingrabens gibt es einige sogenannte Überlaufbauwerke, die das Wasser der anliegenden Felder gezielt über die Breitsülze in den Steingraben leiten, um Verschmutzungen des Breitsülzenwassers zu vermeiden. Gleich nach dem Aquädukt am Schmalzhölz, unterhalb des kleinen Tonberges und des Nonnenberges, führt der Bachlauf nun in vielen kleinen Bindungen, wie schon gesagt, erst nach Nordosten, dann nach Osten und dann wieder nach Westen, um den kleinen Tonberg herum. An der gesamten Strecke wird der Bachlauf vom Gärten gesäumt. Während hier Bilder von dieser Bachstrecke zu sehen sind, gehe ich etwas näher auf die technischen Daten der Breitsülze ein. Optisch scheint sie bergauf zu fließen, was natürlich unmöglich ist. Das ist auch der Grund für die Entstehung der Herleitungssage. Von der Quelle bis zur Stadt legt die Breitsülze 5,5 Kilometer zurück. Anfangs erwähnte ich bereits, dass die Höhenlage der Quelle bei 226,75 Meter über Normalnull liegt und dass das noch eine wichtige Rolle spielen wird. Nun sind wir an jenem Punkt. Na der höchste Punkt der Stadt, an dem auch der neue Bachlauf vorbeiführt, am äußeren Frauentor bei 224,95 Meter über Normalnull liegt. Das sind genau 1,80 Meter, die die Quelle höher liegt, als der höchste Punkt der Stadt. Noch bemerkenswerter ist aber, dass die Mönche im 13. Jahrhundert dies bereits berechnen konnten, ohne irgendwelche technischen Hilfsmittel. Übrigens liegt das Gefälle bei 0,33 Millimetern auf einem Meter. Um einen Zentimeter Höhenunterschied zu überwinden, muss also der Bach eine Strecke von fast 300 Metern zurücklegen. Selbst heutzutage wäre so ein Projekt mit diesem Minimalgefälle nur sehr schwierig zu bewerkstelligen. Wir sind am großen Tonberg angekommen. Hier wird die Breitsülze, nachdem sie in ein Privatgrundstück einfließt, unter eurisch geleitet. Sie tritt an der Jugendherberge, welche einst das Restaurant auf dem Tonberg war, wieder ans Tageslicht. Dabei fließt sie wieder ein Stück durch Privatgelände. Kurz ein paar Worte zur Geschichte der Jugendherberge und der Parkerstätte auf dem Tonberg. Sie wurde 1840 erbaut. Bauliche Veränderungen, vor allem im Außenbereich, fanden um 1911 statt. Damals befanden sich ein Ausschank im Erdgeschoss, sowie ein weiterer Ausschank im Obergeschoss, wo auch die Gästezimmer waren. Ein weiterer Ausschank befand sich im Gartenlokal am Bachlauf der Breitsülze. Auch gab es einen Parkettsaal und eine Glasveranda. 1937 wurde die Tonberger Stätte an das öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen, da die Entnahme von Trinkwasser aus der Breitsülze amtlich verboten war. Am 1. Mai 1940 wurde die Gaststätte von der deutschen Wehrmacht beschlagnahmt und ab Ende 1944 als Hilfskrankenhaus genutzt. 1945 war sie Unterkunft für Auszubildende des Volkssturms. Nach Kriegsende von der sowjetischen Armee belegt, öffnete die Gaststätte ab 1946 nochmals bis 1948 und wurde dann endgültig geschlossen. Bis 1966 befanden sich dann das Thüringer Kreisforstamt Mühlhausen und der staatliche Forstwirtschaftsbetrieb Mühlhausen in der ehemaligen Gaststätte. 1970 zog nach Umbauarbeiten die Jugendherberge Heinrich Pfeiffer in das Objekt. 1989-90 wurde das alte Gebäude abgerissen und die Jugendherberge stellte wegen Neu- und Umbauten bis 1993 den Betrieb ein. Nach der Neueröffnung bietet die Jugendherberge nun bis zu 78 Jugendlichen in zwei, vier und sechs Bettzimmern Übernachtungsmöglichkeiten. Wir sind wieder bei der Breitsülze und folgen dem Bachlauf, der nun oft in befestigten Kanälen aus Stein oder auch Holz geleitet wird, entlang der Gärten am Thunberg und dann in einem weiten Bogen über den Kuchenplan bis ins Johannistal. Dabei wechselt die Bachlaufrichtung wieder nach Nordosten. Der Kuchenplan hat nichts mit Kuchen zu tun und wird mit einem R nach dem K geschrieben und auch gesprochen. Auch als Krüchen- oder Krugengasse bezeichnet, ist dies eine alte Flurbezeichnung aus dem 14. Jahrhundert, die seit 1939 im Straßennamen verewigt ist. Als Kruchen, Krüchen oder auch Griechen bezeichnete man früher Schlehenflaumen. Unterhalb des Galgenberges biegt die Breitsülze nun wieder nach Westen ab und fließt ins Johannistal. Bevor wir uns aber dem zweiten Aquäduk bei der dicken Linde widmen, möchte ich auf einen Mythos zu sprechen kommen, der wie gemacht ist für dieses wunderschöne Tal des Johannistalbaches. In diesem Mythos geht es um eine Mühle, die hier einmal gestanden haben soll, aber weder am Bachlauf der Breitsülze noch am Johannistalbach. Die Rede ist von der Rabbins- oder auch Rabbinschenmühle und als Mythos bezeichne ich sie, weil außer der Jahreszahl 1664 keinerlei schriftlichen Hinweise zu dieser Mühle existieren. Auch sind die mündlichen Überlieferungen recht widersprüchlich. Einige berichten von einem Müller namens Rabbins, nachdem die Mühle bezeichnet wurde, andere sprechen vom Johannistal, das einst bei der Rabbinschenmühle genannt wurde. Angetrieben wurde sie nach nicht belegten mündlichen Überlieferungen durch einen Quell bei den beiden Bächen, der aber durch einen Erdfall wieder versiegte. Dadurch verschwand auch die Mühle wieder, sowie auch die Höfe, die sich rund um die Mühle angesiedelt hatten. Noch eine weitere Besonderheit ist unmittelbar neben dem Aquädukt zu sehen, die dicke Linde. Sie ist eines der Wahrzeichen der Stadt, etwa 160 Jahre alt und steht als Naturdenkmal seit 1936 unter Naturschutz. Leider wurden zwei ihrer einst vier ausladenden Äste beim Januarsturm 2018 abgebrochen. Die verbleibenden zwei Äste wurden gekürzt, um die Krone zu entlasten. Von Baum wieder zu Bach bzw. zu Bächen. Unterhalb der Kleesvilla wechselt die Breitsülse zum letzten Mal ihre Hauptfließrichtung, um letztendlich in Richtung Osten fließend in die Oberstadt zu gelangen. Dabei unterquert sie den Johannistalbach. Auch dieses Kreuzungsbauwerk ist aus Travertinblöcken gefertigt. Ein Wasserüberlauf sorgt für das Ableiten von überschüssigem Wasser und dient auch als Ableitung des Breitsülzenwassers in den Johannistalbach während der Bachwege oder bei Sanierungsarbeiten. In vielen kleinen Windungen fließt nun die Breitsülse an vielen Gärten vorbei durch die Johannistraße, die am Arjenweg im Johannistal ihren Anfang nimmt. Dabei umfließt sie den Schützenberg, der in früherer Zeit auch Galgenberg genannt wurde. Ein Teil dieser Strecke legt sie unterirdisch in Ruhrm zurück. Hinter dem Schützenberg tritt sie wieder hervor. Bevor wir aber die Breitsülse auf ihrem letzten Stück Weg begleiten und dabei auch einen kleinen Einblick in die Bachsanierung 1999-2000 bekommen, ein paar Worte zum Schützenberg. Der Schützenberg wurde bis Anfang des 19. Jahrhunderts Galgenberg genannt. Hier wurden die städtischen Hinrichtungen durchgeführt und es stand mit Sicherheit auch ein Galgen dort. 1820 beschloss man dort ein Schützenhaus zu bauen, das am 18. Juni 1823 eingeweiht wurde. Seit dieser Zeit wird auch offiziell nur noch vom Schützenberg gesprochen. Von 1870 an erfolgten mehrere Um- und Neubau-Maßnahmen, die sowohl die Außenanlagen als auch die Gaststätte und den Saal betrafen. Diese fanden im Jahr 1901 ihren Abschluss. Seither hat das Gebäude etwa das heutige Aussehen. Aufgrund der großen Freifläche richtete Mühlhausen am Schützenberg die Gewerbeausstellung 1903 aus. 1924 wurde der Saal nochmals vergrößert und bot so nun über 700 Personen Platz. Im Jahr 1945 wurde der Schützenverein verboten und enteignet. Ab 1947 war Paul Schlenker der Treuhänder und 1948 wurde das Gasthaus Schützenberg in Volksgarten umbenannt. Danach für allerlei kulturelle Veranstaltungen genutzt, bekam es 1973 den Namen Zentrum der Jugend. Bis 1990 auch als Mecker der Mühlhäuserjugend bezeichnet, wurde das Haus nach der Wende geschlossen und vor viel Zusehens. Eigentümer war seit 1990 wieder der Mühlhäuser Schützenverein. Nachdem etliche Verpachtungsversuche fehlgeschlagen waren, konnte mit gesicherter Finanzierung das Haus grundlegend saniert werden und am 20. März 1998 feierlich wieder eingeweiht werden. Leider musste das Objekt im Jahr 2002 verkauft werden. Der neue Besitzer sanierte nochmals Haus und Saal und verpachtete die entstandene Großküche 2005 an die Behindertenwerkstätten Mühlhausen. Der Saal wird separat für Großveranstaltungen, Tagungen oder Feste vermietet. Nun begeben wir uns auf das letzte Stück Breitsülzenweg, das hinter dem Schützenberg beginnt. Hier geht es durch unwegsames Gebiet oder durch nicht begehbare Gärten wieder in Richtung Johannisstraße. Wie schon erwähnt wurden 1999-2000 umfangreiche Sanierungsarbeiten am Breitsülzenbachbett vorgenommen. Auf den Bildern ist dies eindrucksvoll zu sehen. Vorrang hatte dabei die Uferbefestigung. Mit den sogenannten Faschinen, die aus Holz gefertigt sind, wurde das Bachbett stabilisiert und gegen nachrutschendes Erdreich gesichert. Diese Aufnahmen wurden hinter dem Schützenhaus und hinter der ehemaligen Bergbrauerei gemacht. In Höhe der Speckgasse kam die Breitsülze dann wieder auf der Johannisstraße an. Dieser Bachlaufteil vor den Häusern auf der Straßen-Nordseite ist heute bis zum äußeren Frauentor unterirdisch verlegt. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts verlief hier die Breitsülze aber noch offen. Das zeigen einige Bilder aus jener Zeit sehr deutlich. Mit dem Grundstück, auf dem die Villa Franke steht, gleich an der Ecke zum Hagebuttengraben und kurz vor dem äußeren Frauentor, beschäftige ich mich als nächstes. Anfangs erwähnte ich bereits, dass es bis 1292 eine Mühle bei Breitsülz, also kurz nach der Quelle der Breitsülze, gegeben hat. Durch deren Abbruch im Zuge der Bach-Neu-Verlegung musste Ersatz geschaffen werden. Kurz vor dem äußeren Frauentor am Hagebuttengraben, der damals noch Hürtengraben hieß, errichtete man eine neue Mühle. Diese wird heute als Wohnmühle II bezeichnet. Sie entstand kurz nachdem die Breitsülze in die Oberstadt geleitet wurde um 1292,93. Viel ist zu dieser Mühle nicht bekannt, nur dass sie bereits 1323 wieder abgebrochen wurde. Der Grund dafür war, dass drei Viertel des Breitsülzenwassers zum Wasserradantrieb gebraucht wurden und danach ungenutzt den Hürtengraben hinab, in den Johannistalbach floss. Heute tritt am Hagebuttengraben die Breitsülze wieder als Tageslicht, um etwa 50 Meter später wieder zu verschwinden und die Straße zu unterqueren. Dabei fließt sie zunächst nördlich am äußeren Frauentor vorbei und tritt auf der südlichen Straßenseite wieder zu Tage. Auch hier habe ich einige Bilder, die während und nach der Bachlaufsanierung 1999-2000 entstanden. Mit dem äußeren Frauentor haben wir auch den höchsten Punkt der Stadt erreicht. Wir sind nun in der Vorstadt St. Petri. Einige Anmerkungen möchte ich an dieser Stelle zum letzten Außentor der Stadt machen und die letzte Sage in diesem Film erzählen. Entstanden ist das Tor in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Es war Teil der 6,5 Kilometer langen Außenmauer, die die fünf Vorstädte umschloss. Zu ihm gesellten sich einst noch acht weitere Außentore, von denen keines mehr erhalten ist. Einst hatte Meister Friedhelm vom Rat den Auftrag erhalten, das äußere Frauentor und das äußere Erfurter Tor neu zu bauen. Er selbst übernahm die Bauleitung am äußeren Erfurter Tor und sein Geselle den Bau des äußeren Frauentores. Nun ergab es sich, dass der Geselle ein Auge auf das liebliche Töchterlein seines Meisters geworfen hatte. In froher Erwartung stand sie vor dem Tor, als der Meister das Bauwerk abnehmen wollte. Obwohl er eifrig nach Mängeln suchte, musste er feststellen, dass sein Geselle das Tor noch schöner und höher als das Tor des Meisters errichtet hatte. Voller Zorn stürzte er deshalb den Gesellen aus der obersten Loke des Turms. Der Geselle fiel aber genau auf das Töchterlein des Meisters, welches noch immer vor dem Tore wartete. Da lagen nun beide in ihrem Blute. Voller Grauen blickte Meister Friedhelm hinab auf die beiden Toten. Er flüchtete halb wahnsinnig aus der Stadt und ward nie wieder gesehen. Der blutige Stein, auf dem die beiden Liebenden den Tod fanden, wurde über dem Torbogen in den Turm eingesetzt, zur ewigen Erinnerung an die grausame Tat. Zurück aus dem Reich der Sagen und wieder zur belegten Geschichte. Im Jahre 1313 wurde innerhalb der äußeren Stadtmauer beim äußeren Frauentor die Blubachmühle erbaut, zehn Jahre vor dem Abriss der nur etwa 200 Meter entfernt gelegenen Fronmühle II. Bis 1840 war die Blubachmühle eine reine Getreidemühle. Danach war sie dann Spinnerei und Strumpfabrik. Des Nachts aber bis 1856 weiterhin Getreidemahlmühle. Ab 1896 betrieb der neue Besitzer bis 1934 eine Strick- und Wirkwarenfabrik. 1935 wurde die Preizülze entlang der Johannesstraße unterirdisch verlegt. Auch auf dem Mühlengelände wurde im Mai 1948 der noch offene Bachlauf verrohrt, wodurch der Besitzer seine Wasserrechte einbüßte. 1951 wurde dann auch das mittlerweile marode Mühlrad entfernt. Am 8. September 1983 brannte die, seit den 1950er Jahren als Wohnhaus genutzte Blubachsmühle Lichterloh. Im Dezember 1983 wurden die Reste der alten Mühle abgetragen und bis 1986 an gleicher Stelle ein neues Wohnhaus errichtet. Dieses wurde nach der Wende 1989-90 noch einmal grundlegend saniert. An die alte Blubachmühle erinnert heute nur noch ein Relief eines Mühlrades im Putz der nördlichen Außenwand. Gegenüber der Blubachmühle an der Ecke zur Zinkengasse steht eines der schönsten alten Fachwerkhäuser der Petri-Vorstadt. Bis in die 1980er Jahre bewohnt, steht es heute leer und droht zu verfallen. Ehe wir nun endgültig zum Blubach kommen, möchte ich noch kurz auf die ehemalige Reithalle der Ulanen eingehen. Die Reithalle wurde 1830 gebaut, bis Ende des 19. Jahrhunderts von den preußischen Ulanen bzw. Kürassieren genutzt und diente später als Garage für städtische Fahrzeuge. Zuvor stand an ihrer Stelle die Johanniskirche mit der Judokus-Kapelle. Beide wurden 1342 erstmals erwähnt, dürften aber älter gewesen sein. 1577 wurden Kirche und Kapelle abgerissen. 1996 wurde die Halle saniert und dient seither als Markthalle oder Kaufhaus. Nun aber zum Blubach und wieder zur Breitshülze. Zu DDR-Zeiten verlief sie unterirdisch in Rohren. Bei den Sanierungsarbeiten 1999-2000, bei dem auch der gesamte Platz grundlegend überholt wurde, legte man wieder einen offenen Bachlauf an. Einzig etwa 100 Meter vom Großen zum Kleinen Blubach blieben, verkehrsbedingt weiter unterirdisch. Woher kommt aber der Name Blubach und was bedeutet er? Zwei Erklärungen oder Namensdeutungen stehen hier zur Verfügung. Welche die richtige ist, weiß ich aber auch nicht zu sagen. Beginnen wir mit der ersten, die von Dr. Adolf Sellmann im August 1921 im Mühlhäuse Anzeiger veröffentlicht wurde. Er geht davon aus, dass der Name auf den Holzblock oder die Holzbohle zurückzuführen ist, welche im Mittelalter Bloch genannt wurde und welche zum seitlichen Abstützen des Bachbettes verwendet wurde. Demnach hieß er ursprünglich Blochbach, was sich im Zuge der sprachlichen Entwicklung zu Blubach wandelte. Das hatten wir ja schon oft im Laufe dieses Films, so zum Beispiel bei der Breithülse selbst, die ja eigentlich Breithölzer Wasser hieß. Da es aber in Mühlhausen auch noch einen alten Blochbach gibt, kann man einerseits davon ausgehen, dass auch dieser mit Blochs gesichert war, andererseits ist die Erklärung von Herrn Hirsemann in seinem Buch über die Mühlhäuser Straßennamen da doch plausibler. Darin schreibt er, dass der 1266 erstmals erwähnte Blochbach eine Flachsröste war. Dabei wurden die Flachsbündel im Wasser eingeschwemmt. Durch das Blonen, was nichts anderes bedeutet wie Schlagen, wurde die Faser vom Bast, dem sogenannten Schemen, getrennt. Dadurch entstand Leiden, der bis weit in das 18. Jahrhundert hinein neben Wolle der einzige Textilstoff war. Auch hier haben die Mühlhäuser wieder einen Buchstaben weggelassen und so wurde aus Blochbach mit W der Blochbach ohne W. Welche der beiden Namensherleitungen nun die definitiv richtige ist, ich weiß es leider auch nicht. Nun gut, während hier einige historische Aufnahmen des Blochbachs zu sehen sind und auch einige von der Platzsanierung 1999 und 2000, gibt es noch einiges zur Geschichte des Platzes zu erzählen. Wie man sich denken kann, sah es hier vor allem vor dem Bau der Stadtmauern im 12. und 13. Jahrhundert etwas anders aus. Man vermutet, dass der heutige Blochbach damals ein Teil der Via Triumphales, also einer Triumphstraße war, die bis an die Marienkirche heranreichte. Geschützt durch die äußere Stadtmauer entwickelte sich der Platz immer mehr zu dem Mühlhäuser Festplatz, auf dem z.B. der Rummel mit seinen Fahrgeschäften seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts nicht mehr wegzudenken ist. Aber auch für Märkte und Demonstrationen bot der Blochbach ideale Voraussetzungen. So fand am 11. November 1918 eine Kundgebung zur Novemberrevolution dort statt. Auch zu Maiddemonstrationen wurde der Platz bis Anfang der 1970er Jahre genutzt. Militäraufmärsche wie diese am 10. Januar 1935, nachdem die 37. Panzerabwehrabteilung der deutschen Wehrmacht in Mühlhausen einzog, bleiben dem Blochbach in Zukunft wohl erspart, da sich das Militär 2013 aus Mühlhausen verabschiedet hat. Damit ging aber auch eine fast 200-jährige Tradition als Garnitionsstadt zu Ende. Rund um den Blochbach gab es auch einige Gaststätten, wie z.B. den Thüringer Hof, das Blochbachsheim, das Blochbachseck und das Gasthaus Drei Rosen, welches 2017 abgerissen wurde. Wenden wir uns wieder der Sanierung des Blochbachs zu, der bei den Mühlhäusern in großer und kleiner Blochbach unterteilt wird. Auf dem großen Blochbach, der westlich liegt und vom kleinen Blochbach durch den Bastmarkt abgeteilt wird, ist im Normalfall der größte Parkplatz der Stadt. Er wurde damals vom Holperpflaster befreit und auf das Niveau eines modernen Stadtpark- und Festplatzes gebracht. Auf dem kleinen Blochbach fand man bei den Bauarbeiten die Fundamente vom Vortor des inneren Frauentores, die heute in der Straßenpflaster eingearbeitet, ein historisches Highlight darstellen. Zurück zur Breitshülse und ihren letzten Metern bis in die Stadt. Auf der Nordseite des Blochbachs tritt sie wieder hervor und wird über das dritte Aqueduct durch die Stadtmauer hindurch in die Oberstadt geleitet. Bis in die 1930er oder 40er Jahre war das originale Aqueduct noch zu sehen. Später wurde, wahrscheinlich bei Sicherungs- und Sanierungsarbeiten an der Stadtmauer, der Graben verfüllt und damit auch das Aqueduct verdeckt. Bei den Arbeiten 1999-2000 entdeckte man es wieder und band es in das neue Konzept mit ein. Dazu wurde zuerst das alte Aqueduct freigelegt sowie gesichert und darauf der neue Kanal bis an die Mauer verlegt. Damit sind wir am Ziel der 5,5 Kilometer langen Reise entlang des Breithölzerwassers angekommen. Das Wasser selbst braucht von der Quelle bis hierher etwa 7 Stunden, der Mensch zu Fuß etwa 1,5 Stunden, soweit der Bachlauf begehbar ist. Wir haben es in diesem Film in knapp einer halben Stunde geschafft, mit hoffentlich vielen interessanten historischen sowie sagenhaften Berichten um und zum Bachlauf der Breithölzer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.